Show us how to win Britain's Got Talent, the Champions. I'm Alexa Launbora, I'm 11 years old and I'm from Germany. Ich habe das Supertalent 2017 gewonnen in Deutschland. Alexa Launbora, das ist all I know, all I am is you. Vor dem Halbfinale bei Britain's Got Talent, the Champions, war ich sehr nervös, aber meine Hunde haben es so gut gemacht, alles super. All I am is you. This is the best dog act I have ever, ever seen. Als Ant und Deck den Golden Buzzer gedrückt haben, war der beste Moment in meinem ganzen Leben. Ich bin so glücklich. Im Finale zu sein, war das Toilste, was ich und meine Hunde je gemacht haben und ich kann es kaum abwarten. Wenn ich gewinne, dann kaufe ich meinen Hunden einen Hundekuchen, um sie damit zu belohnen. Oh, komm hier! Oh! Ich bin so glücklich. 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 Das war's für heute. 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 See you in a few minutes. Das war's für heute.